hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich habe auch so sehen die quest von stage of survivors heute schon fertig gemacht und deswegen möchte ich jetzt einfach so noch mal ein video machen von zehn minuten ja ich bin gestern nach hause gekommen und habe das spiel gespielt und es war schon nach 1 uhr und dann lief schon die zehn minuten von dem spiel dann kam auch alles zeichen dass ich die quest fertig habe ja und so bin ich halt fertig geworden und hier ist ja auch herausgefunden dass es eigentlich so ein spiel ist wie ich überhaupt nicht mag sprich ich baue mir jetzt hier die eine basis auf und danach ich gehe es mal einer wildnis dann habe ich jedoch über so andere bases die mich halt später angreifen können aber dann mache ich trotzdem erst noch weiter damit ihr sehen könnt was man hier noch machen kann also zuerst wollen wir hier die basis auf das wird die nächste quest um um ok ob er zwei kostet fünf euro ich glaube ich müsste drei stück haben zwei stück ein krieg ein wirtschaft so legt sich fest alles anfordern und ok und weiter gehts upgrade erkundung ich habe bisher schon die treffe her gemacht 1 1 1 2 1 3 jetzt wie ihr seht bin ich schon bei 1 4 den habe ich jetzt noch neu gefunden wo ist denn die frauen ist die gar nicht mehr dabei die mit dem hund da bin ich jetzt aber traurig und ich spiele jetzt den anderen nicht mehr jemand und 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 strich 11 dann stehe punkte abholen wo ist die mit dem hund warum hat die nicht mitgekämpft hier ist auch nicht mehr dabei schade schade das war erst mal dreht mal in der gilde ein egal da ist sowieso so ein spiel ist was sie nicht so gerne mag will ich das sowieso nicht allzu lange allzu lange spielen vielleicht auch demnächst wieder löschen naja so das war auf jeden fall jetzt die 10 minuten die ich euch zeigen wollte nochmal schau mal hier alles nach beim bauen oh farm ok um bond ok 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 klar war das haus dahin egal 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 Deko brauche ich nicht nachrichten einsammeln 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 ist immer gut ja ja hier haben wir gewonnen gegen zombie level 2 die 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 Vielen Dank. Spende mir doch mal schnell, da geht sowas. Ja ok, das muss reichen. Sonst haben wir gleich nichts mehr. Das ist das VLP. Aktivieren, einfordern. Aktivieren kostet 11 Euro. 30 Minuten VLP habe ich. Da ist noch ein Talentpunkt. So. Gut. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.